Heute mal was ganz Besonderes. Hier sind hier mal Burger King. Und da gibt es neuerdings als Besonderheit überall diese kleinen Fliegenhäfen auf der Toilette. Vorsicht, hier ist wirklich alles voll an den Töpfen. Die dann gucke ich da mal inzwischen. Hier mal einen Schritt weiter. Da hängt schon das nächste Feinexemplar. Dann geht es hier an den anderen Wänden weiter in den Toiletten. Selbst auch noch mal. Also da hängt dann auch das Zeug überall da rum. Phänomenal, also wirklich katastrophal. Da habe ich noch mal vergessen. Die hängt hier sauber, wie man sehen kann. Direkt dazwischen. Das ist also Burger King, direkt in Hausen, heute mal hier. Das ist wirklich phänomenal. Einige Fliegen sind schon totgetreten scheinbar, aber es ist wirklich spektakulär. Heute mal, wie gesagt, ein kleiner Bericht hier von der Toilette hier bei Burger King. Einfach immer wieder echt spaßig.